Okay, guten Morgen. Mein Name ist Volker Stollers. Ich bin Redaktionsleiter am SMC und begrüßen Sie zum SMC Briefing Personalisierte Krebsimmuntherapie, ein zweischneidiges Schwert. Wir wollen heute über wissenschaftliche Erkenntnisse zu zwei personalisierten Krebsimmuntherapien diskutieren und die regulatorischen Herausforderungen Ihrer Zulassung kennenlernen. Wir werden zunächst etwas über K-T-Zell-Therapien hören, also genäre Antigenrezeptoren T-Zellen, die quasi eine molekulare Kombination aus Killerzelle und Antikörper als Spürhund der Immunabgabe sind. Personalisiert nennt man diese neue Therapieform, weil patienteneigene Zellen aus dem Blut isoliert werden, in vitro an der Gentherapie modifiziert und stimuliert werden. Und dann am Ende in den Krebspatienten infundiert Krebszellen aufspüren sollen. Faktisch werden dabei die anvisierten Zielstrukturen, alle die anvisierte Zielstruktur tragenden Körperzellen zerstört. Die erste K-T-Therapie wurde Ende August von der FDA in den USA zugelassen. Für Patienten, die an wiederkehrenden und therapieresistenten akuten B-Zell-Leukämien leiden. Als kompetenten Experten zum Thema K-T-Forschung haben wir heute Prof. Dr. Hinrich Abgen im SMC. Er leitet die Tumorgenetik und Immunologie an der Klinik 1 für Innere Medizin der Uniklinik Köln und forscht am Zentrum für molekulare Medizin der Universität. Der K-T-Experte unterscheidet die erste, zweite, dritte und zwischen sogar vierte Generation von K-T-Zellen und wird erläutern, was künftig von dieser Therapie an Nutzen und Risiken zu erwarten ist. Auch im Feld der soliden Tumoren. Herzlich willkommen, Hinrich Abgen. Im SMC nehmen wir Interessenkonflikte sehr ernst und deswegen hier der Disclaimer, den er dazu geschickt hat. Er hat wissenschaftliche Beratungen von folgenden Firmen unternommen. Die zweite personalisierte Krebsimmuntherapie, über die wir heute sprechen wollen, müsste eigentlich individualisierte Krebsimpfung heißen. Denn dabei werden in Tumorproben des Patienten individuelle Zielscheiben für die Immunabwehr ermittelt, also sogenannte Neo-Antigene auf Krebszellen aufgespürt, gegen die dann im Labor Impfstoffe designt und Krebspatienten verabreicht werden. So soll die Immunabwehr angestachelt und auch solide Tumoren zurückgedrängt werden. Ich freue mich, dass wir heute einen Pionier der Neo-Antigen-Impfung gegen Krebszellen vor Ort haben. Ugo Sahin ist Professor für experimentelle Onkologie an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Er ist wissenschaftlicher Geschäftsführer Translationaler Onkologie an der Universitätsmedizin Mainz, sowie Gründer und CEO der Biotech-Firma Biontech in Mainz. In dieser Firma arbeiten inzwischen 600 Mitarbeiter daran, das Konzept der individualisierten Krebsimmuntherapie Wirklichkeit werden zu lassen für Krebspatienten, auch bei soliden Tumoren. Auch er hat mir eine Declaration of Interest mitgegeben. Und hier geht es darum, dass es Investoren der Biotech bisher die Strüngmann Family Office ist, MIG-Fonds, Saliva GmbH und Biotech hat Partner in der Pharmaindustrie. Das sind Genentech, Sanofi, Lilly und Bayer und GeneMap in verschiedenen Projekten. Beide personalisierte Krebsimmuntherapien, also die KT-Cell-Therapie und die Neo-Antigen-Impfstoffe, stellen Zulassungsbehörden vor neuartige Herausforderungen. Für ihre Fragen zur Zulassung dieser Krebsimmuntherapien haben wir eine Expertin aus dem Paul-Ehrlich-Institut dabei, dem Bundesinstitut für Impfstoffe und Biomedizinische Arzneimittel. Martina Schüßler-Lenz arbeitet dort in der Abteilung Medizinische Biotechnologie und ist zudem Vorsitzende im Ausschuss für neuartige Therapien der Europäischen Arzneimittelagentur. Also bei der EMA in London müssen sich KT- und Neo-Antigen-Impfstoffe um eine zentralisierte Zulassung bewerben. Frau Schüßler-Lenz wird einen kurzen Überblick über die regulatorischen Hürden geben. Sie kennt auch die aktuellen Zahlen der klinischen Prüfungen in Europa und auch weltweit. Und sie hat auch die Pharmakovigilanz im Blick, also mit welchen Nebenwirkungen bei der Anwendung der neuartigen Therapien gerechnet werden muss. Das SMC-Briefing Personalisierte Krebsimmuntherapien – ein zweischneidiges Schwert wird für Kollegen in den Redaktionen live auf der Website des SMC und bei Voice Republic übertragen. Wer online Fragen hat, schickt diese bitte an redaktion.sciencemediacenter.de So, damit würde ich auch schon weitergeben an Hinrich Abkin. Vielleicht ganz kurz ein Statement zu Beginn, bitte nicht länger als fünf Minuten, nach der ersten Zulassung in den USA. Wo steht die Forschung bei den KT-Zellen aktuell? Ja, ich darf erst nochmal an das Konzept erinnern. Das Konzept ist, das Immunsystem des Patienten ist in der Lage, den eigenen Tumor zu erkennen und zu eliminieren. Die wesentlichen Zellen, die so etwas machen, sind T-Zellen, NK-Zellen, Makropharen und so weiter. Die T-Zellen sind zytotoxische T-Zellen, sind tötende T-Zellen. Und diese tötenden T-Zellen müssen jetzt die Tumorzelle erkennen. Dazu bedarf es eines Erkennungsmoleküls. Dieses Erkennungsmolekül ist normalerweise, physiologischerweise, der T-Zell-Rezeptor. Der erkennt aber in dieser Situation die Tumorzelle nicht. Und deswegen haben sich Ende der 80er, Beginn der 90er, viele Wissenschaftler die Frage gestellt, wie kann ich T-Zellen eine neue Spezifität verleihen, nämlich Spezifität für den Tumor. Und einer der Pioniere ist Selig Eschar vom Weizmann-Institut in Israel. Er kam mit einem Papier 1993 heraus in die Fachwelt, in dem er sagte, man nehme zur Erkennung einer Antikörper, der die Tumorzelle erkennt, und verknüpfe diesen Antikörper-Erkennungsmodul mit der Signalkette des T-Zell-Rezeptors, der die T-Zelle aktiviert. Dieses Molekül ist also ein Chimä zwischen Antikörper und Signalkette. Damals hieß es T-Body und viele andere Namen, Immunrezeptor. Inzwischen hat sich der Name Chimära-Antikin-Rezeptor durchgesetzt, ein CAR. Und dieser CAR wird jetzt durch Gentransfer in die T-Zelle gebracht. Die T-Zelle exprimiert diesen CAR auf der Oberfläche und kann jetzt die Tumorzelle erkennen. Nach Bindung an die Tumorzelle wird die T-Zelle aktiviert, und dann tut sie ihren Job, wie sie ihn normalerweise tun soll, nämlich sie killt die Tumorzelle. Aber sie unterscheidet nicht, ob das nur eine gesunde Zelle ist oder eine Tumorzelle, sie sieht nur ihre Zielstruktur. Komme ich zurück auf das, was jetzt die Fachwelt bewegt, die CAR-CD19-spezifische CAR-T-Zellen. Da ist CD19 an Oberflächenantigen auf B-Zellen und auf B-Zell-Lymphomen die Zielstruktur. Daran sehen Sie das, was zweischneidig ist. Das CD19 ist auf gesunden B-Zellen wie auch auf den Lymphomzellen. Die CAR-T-Zelle erkennt CD19 und beginnt jetzt alles zu töten, was CD19 hat. Das Lymphom und die normale B-Zelle. Und Sie sehen dann auch im Patienten, dass die normalen B-Zellen verschwinden. Der Patient lebt ohne seine B-Zellen, ohne seine Antikörperproduktion. Nun, die B-Zelle, die T-Zelle kann auch mit anderen CARs ausgestattet werden. Wir haben eben einleitend gesagt, über drei Generationen oder vier Generationen inzwischen. Sie unterscheiden sich dadurch, ob die Signalkette des T-Zellrezeptes mit der Co-Stimulation verknüpft ist. Das ist dann die zweite Generation. Wir waren da auch Pioniere in der Entwicklung der zweiten Generation. Die dritte Generation ist die Kombination von zwei Co-Stimuli. Die vierte Generation haben wir eingeführt. Das ist ein TRAC, nicht mehr ein K, es ist jetzt ein TRAC. Eine K-T-Zelle, die etwas liefert, etwas vor Ort hinbringt, ein Protein dort hinbringt, ein Lastwagen, der seine Last dort ablädt. Ein TRAC mit einer transgenen Expression eines Zytokins oder eines anderen Proteins. Und so entwickelt sich die Struktur immer weiter, aber ich fasse nochmal zusammen. Die Basisidee ist, gebe einer zytotoxischen T-Zelle Spezifität für eine Zielstruktur und bitte T-Zelle, eliminiere dann die Zelle, die du erkennst. Die ist bei Lymphomen sehr jetzt erfolgreich, bei Lymphomen Leukämie. Bei soliden Tumoren gibt es noch etliche andere Schwierigkeiten, das Konzept umzusetzen, was an der Immunsuppression im Tumor liegt. Und die Entwicklung, die forschende Entwicklung geht jetzt dorthin, auch diese Probleme bei soliden Tumoren zu klären. Könnten Sie vielleicht kurz nochmal sagen, welche Zielscheiben man sozusagen mit Blick auf solide Tumoren überhaupt sinnvollerweise adressieren könnte? Zielscheiben sind Oberflächenantigene erst einmal. Durch CARS können nur Oberflächenantigene erkannt werden. Es gab jetzt zwei erfolgreiche Studien, die CARSINO-Embryonales Antigen, CEA, als Zielscheibe hatten. Das CEA ist ein Antigen, das auf gastrointestinalen Tumoren exprimiert wird. Also Kolonkarzinom, Darmkrebs, Pankreaskarzinom und so weiter. Diese Zielstruktur ist insofern recht sicher, weil sie auf diesen Tumorzellen erkannt wird und auf Normalgewebe luminal, also im Innenraum des Darms noch exprimiert wird, was die T-Zelle normal nicht sehen kann. Das ist eine Zielstruktur. Jetzt sucht man natürlich nach weiteren, möglichst selektiven Zielstrukturen für solide Tumoren. Und da werden wir vielleicht gleich nochmal hören, wie so eine Suche wissenschaftlich-technologisch angegangen wird. Okay, vielen Dank. Das war überpünktlich. Dann würde ich jetzt gerne Ugo Sahin bitten, dass er mal kurz mit Blick auf die individualisierten Krebsimpfstoffe, die also Neoantigene auf Tumorzellen erkennen will und dann Krebszellen sozusagen durch eine Impfung vernichten helfen soll. Im Juli wurde eine First-in-Man-Studie in Nature veröffentlicht. Wie geht es denn weiter? Was waren die Ergebnisse und wie geht es da weiter? Zunächst einmal vielleicht zur Motivation, warum wir überhaupt individualisierte therapeutische Impfstoffe entwickeln, bei denen quasi jeder Patient sein eigenes, für ihn maßgeschneidertes Medikament bekommt. Die Motivation ist, dass Krebs eine Erkrankung ist, die durch genetische Mutationen, durch Veränderungen stattfindet. Jeder Krebspatient hat Dutzende, teilweise bis zu Tausende dieser Mutationen. Die Herausforderung ist, dass, wenn man sich Tumoren von zwei Patienten anschaut, dass die Überlappung dieser Mutationen sehr gering ist. Das heißt, 95 bis 97 Prozent dieser Mutationen sind wirklich individuell. Und dementsprechend gibt es zwei Probleme. Das eine Problem ist die Individualität. Wie kann man Medikamente entwickeln, wenn Tumoren so unterschiedlich sind, die auf alle Patienten passen? Das zweite Problem ist ein biologisches Problem, dass nicht nur jeder Tumor unterschiedlich ist, sondern jede Tumorzelle unterschiedlich ist. Die Krebszellen sammeln über die Zeit unterschiedliche Mutationen, über zufällige Ereignisse. Das heißt, selbst wenn ein Medikament bei einem Patienten zunächst mal wirkt, kann es passieren, dass über die Zeit eben Krebszellen herauswachsen, die auf das Medikament nicht ansprechen. Das sind die zwei größten Probleme in der Krebsmedizin. Und wie das üblicherweise angegangen wird, ist, dass man in der Wissenschaft und auch in der pharmazeutischen Entwicklung nach Merkmalen sucht, die wirklich bei allen Patienten vorhanden sind. Und die gibt es eben so nicht. Es gibt keine universellen Tumormarker. Und man blendet aber bei diesem Vorgang eigentlich 97 Prozent aller Merkmale aus, die sonst im Krebs verfügbar waren. Und wir sind da einen anderen Ansatz gegangen. Wir haben die Frage gestellt, warum schauen wir uns nicht einen Patienten wirklich mit der Gesamtheit seiner Merkmale an, untersuchen diese Merkmale, versuchen diese Merkmale zu identifizieren und entwickeln für diesen Patienten einen therapeutischen Krebsimpfstoff. Und motiviert hat uns dabei der Hintergrund, dass Mutationen durch das Immunsystem erkannt werden können, spontan erkannt werden können. Das ist aber allerdings ein sehr ineffizienter Prozess. Das Krebs ist nicht dafür da, Krebszellen zu erkennen. Und dementsprechend haben wir Krebsimpfstoffe entwickelt, die in der Lage sind, das Immunsystem sehr stark zu stimulieren. Wir benutzen dafür Messenger-RNA. Dafür wird die Krebsprobe des Patienten untersucht. Wir nutzen dafür ein sehr schnelles Sequenzierverfahren, Next Generation Sequencing. Wir ermitteln die Mutationen und wir benutzen computerisierte Bioinformatik, um aus diesen Mutationen die Mutationen auszuwählen, die wirklich durch das Immunsystem erkannt werden können, sogenannte Neoantigene, und stellen dann den Impfstoff in Echtzeit her. Und das haben wir in der Nature-Arbeit publiziert, dass dieses Verfahren tatsächlich an 13 Patienten umsetzbar war, dass dieses Verfahren für diese drei Patienten mit einer sehr guten Verträglichkeit ausgegangen ist. Wir haben gezeigt, dass das Immunsystem dieser Patienten sehr stark auf diese Mutation reagiert. Wir haben gezeigt, dass die Immunantworten in der Lage sind, Krebszellen zu erkennen. Und wir haben bei dieser kleinen Patientengruppe dann doch eine deutliche klinische Aktivität gesehen. Das ist eine Pilotstudie, die noch nicht beweist, dass dieser Ansatz wirksam ist. Als nächstes würden wir dann in größere klinische Studien gehen, wo wir diesen Ansatz eben in Gruppen bis zu hunderten Patienten vergleichend mit einem Vergleichstherapieansatz evaluieren würden und dabei eben feststellen möchten, ob dieser Ansatz tatsächlich wirksamer, das heißt eine höhere Heilungsrate und längere Responsrate als vergleichbare Ansätze haben. Das ist ein relativ komplizierter Prozess. Wie lange dauert es denn von der Analyse einer Tumorbiopsie bis am Ende ein individualisierter Krebsnimmstoff für den Patienten überhaupt verfügbar ist? Wir müssen dieser Ansatz, also wenn man das für ein Mausexperiment machen würde, da würde das circa zwei bis drei Wochen dauern. Wir müssten natürlich in einer klinischen Studie Arzneimittel regeln und Gesetze einhalten. Und dementsprechend ist jeder Schritt qualitätskontrolliert. Wir haben jetzt in der ersten Studie circa drei bis vier Monate bis zum Transfer des Impfstoffes benötigt. Und unser Ziel ist, diesen Prozess durch Automatisierung und Digitalisierung auf weniger als vier Wochen zu reduzieren. Das wäre ja wichtig, weil wahrscheinlich die Patienten, die Sie da behandeln wollen, sind ja sozusagen schon im Rezidiv wahrscheinlich und extrem krank und gefährdet. Und wenn der Tumor einfach weiter vorschreitet, kommt man möglicherweise zu spät. Das ist die Motivation, das schnell zu machen. Und vier Wochen wäre im Prinzip auch der klinische Alltag, bei dem Patienten eben nach der Diagnose auf eine Therapie warten. Gut. Okay, erstmal vielen Dank für diese kurze Einleitung. Dann würde ich zur Regulatorin kommen, sage ich mal, Martina Schüssler-Lenz. Wann kommt denn die erste Zulassung in Europa für KT ungefähr? Und wie viele klinische Studien laufen im Moment? Und wie kann man ihre Wirksamkeit überprüfen? Ja, zunächst möchte ich noch mal kurz darauf eingehen, wie die regulatorische Landschaft in Deutschland und in Europa aussieht. Wir haben ja hier ein zweigeteiltes System, sodass wir für die Genehmigung der klinischen Prüfungen die Zuständigkeit auf nationaler Ebene haben. Das heißt, in dem Fall der KT-Zellen oder der Tumor-Vakzinierungen ist das das Paul-Ehrlich-Institut. Und wenn es dann in Richtung Zulassung geht, da haben wir die Zuständigkeit der Europäischen Arzneimittelagentur. Und ich habe nun durch meine Tätigkeit sowohl im Paul-Ehrlich-Institut als auch bei der Europäischen Arzneimittelagentur die Möglichkeit gehabt, mir einen recht guten Überblick zu verschaffen. Und wir haben uns in den letzten Jahren intensiv mit den KT-Zellen auseinandergesetzt. Und zwar eben bedingt auch durch die Tatsache, dass wir vor Jahren schon gesehen haben, dass die Regulatoren bei der Genehmigung von klinischen Prüfungen mit KT-Zellen vor Herausforderungen gestellt sind. Bedingt dadurch, dass die Bewertung von Nutzen und Risiko speziell ist bei diesen Therapien. Sie sind wirksam, aber sie sind auch sehr nebenwirkungsreich. Und da zu einer positiven Nutzen-Risikobewertung zu kommen, ist eine Herausforderung. Wir haben auch gesehen, dass es notwendig ist, die vorwiegend akademischen Entwickler in diesem Bereich gut zu informieren über die deutschen und die europäischen, über das deutsche und das europäische regulatorische System. Und deshalb haben wir schon seit einigen Jahren einen engen Informationsaustausch zwischen uns und den Entwicklern. Und dafür möchte ich gerade mal vier Beispiele nennen. Wir bieten für die Entwickler Beratungen an am Paul-Ehrlich-Institut. Das ist eben für die akademischen Entwickler wichtig, aber auch für die Firmen, die aus USA kommen, wie Novartis, LG, Juno, Kite, die dann eben diese Entwicklungen nach Europa tragen möchten und sich dann mit den Spezifitäten des europäischen Systems auseinanderzusetzen haben. Und da sehen wir es als eine wichtige Aufgabe, sie darüber zu informieren. Wir haben als zweiten Punkt schon im Februar 2016 zum Thema KT-Zellen einen Workshop am Paul-Ehrlich-Institut gehabt und wo wir eben die deutschen Entwickler über informiert haben, welche Voraussetzungen zu erfüllen sind, damit sie dann, wenn sie eine klinische Prüfung einreichen, dass wir dann auch diese klinische Prüfung genehmigen können. Und in diesem Zusammenhang eben bieten wir zum Beispiel dem Deutschen Konsortium für Translationale Krebsforschung, das ist ja ein Zusammenschluss von großen deutschen Krebszentren, die Möglichkeit der regulatorischen Unterstützung, weil wir eben erkannt haben, dass gerade hier akademische Entwickler an vorderster Front stehen, wenn es um die innovativen Arzneimittel geht und darum, diese innovativen Arzneimittel von der Forschung in die erste klinische Prüfung zu bringen. Wir haben dann im November 2016 bei der Europäischen Arzneimittelagentur ebenfalls zum Thema KT-Zellen einen Workshop gehabt und das war dann ein internationaler Workshop. Da waren auch Kollegen der FDA da, es waren die entwickelnden Firmen da, es waren Akademiker da und das eben war auch wiederum eine gute Möglichkeit, diesen Austausch, diesen Informationstransfer von den Regulatoren zu den Entwicklern, aber auch von den Entwicklern zu uns zu lernen, was sind die Herausforderungen, welche Hürden sind zu nehmen, wie können wir hier auch unterstützend tätig sein, um das zu fördern und letztendlich eben unsere Veröffentlichung vor kurzem im Ambo-Journal, wo wir zusammen mit den Forschern des Paul-Ehrlich-Institutes das Thema KT-Zellen ausführlich abgehandelt haben. Vielleicht können Sie nochmal kurz den Überblick geben, also die meisten klinischen Studien, soweit ich das verstehe, habe ich mir nochmal im Clinical Trials-Gov nachgeschaut, laufen im Moment in den USA und China. In Europa habe ich 14 gefunden, also KT-Klinische Studien finde ich 14 und in Deutschland eigentlich nur drei, die alle mehr oder weniger von Novartis auch finanziert werden, und zwar an Universitäten Würzburg, Frankfurt und der Uniklinik in Köln. Also wer sich dafür nochmal interessiert, das sind zu sagen, soweit ich das aus dem Clinical Trials-Gov nehmen konnte und ich habe noch gefunden die Zahl, dass insgesamt bis 2016, also Stand Ende 2016, rund 450 Patienten behandelt wurden. Das habe ich jedenfalls Ihrem Ambo-Molecular-Medicine-Paper entnommen. Also insgesamt, die Patientenbasis waren 450 Patienten bis Ende 2016, die über publizierte Daten sozusagen bekannt geworden sind. Genau, aber dazu kann ich vielleicht noch ergänzen, das ist es richtig. Ja, wir haben die Mehrzahl der Studien in den USA, das ist auch nicht erstaunlich, denn die Entwicklungen bis hin zur Klinik, die entscheidenden, wurden eben an den großen transnationalen Krebszentren in den USA durchgeführt. Wir sehen aber in Deutschland zum Beispiel, wenn wir die Zahlen betrachten der klinischen Studien, die bei uns eingereicht wurden, dann waren es bis 2015 7, 2016 7 und jetzt 2017 bis dato auch schon 7. Das heißt, wir sehen in Deutschland und in Europa eine Zunahme dieser Aktivitäten, was eben sehr zu begrüßen ist. Und wir sehen natürlich auch, dass die Entwickler jetzt schon seit längeren, seit mehreren Jahren nicht nur unseren Parallelich-Institut, sondern auch die Europäische Arzneimittelagentur kontaktieren. Wir sehen dort, wir haben dort den Kontakt mit den Entwicklern, die eben vor Einreichung ihres Dossiers zur Zulassung zu uns kommen. Und was ich sagen kann, ist, es ist öffentlich bekannt, es ist derzeit die erste europäische KTZ-Entwicklung unter Evaluation am Paul-Ehrlich-Institut und weitere werden folgen. Also wir werden, um noch mal auf Ihre Frage zurückzukommen, auch in absehbarer Zeit die erste Zulassung in Europa haben. Okay, ich würde sagen, ich werde noch eine Frage anstellen, dann ist Feuer frei sozusagen für die Kollegen, und zwar zu den Nebenwirkungen, und zwar für beide dieser Therapieformen. Vielleicht erst mal an Herrn Abgen. Also mit welchen schweren Nebenwirkungen? Wir haben ja in einzelnen klinischen Studien auch Todesfälle gesehen, oder jedenfalls wurden sie öffentlich bekannt gegeben, einige klinische Studien deswegen auch gestoppt. Mit welchen, also ich habe ja sehr potente T-Zellen, die dann sozusagen sich im Körper vermehren und auch entsprechend radikal dann auch Zytokine ausschütten und, und, und. Womit muss man rechnen als Nebenwirkung bei solchen hochpotenten Therapien? Richtig. Stellen wir uns noch mal vor, wir haben jetzt eine T-Zelle, die erkennt eine Zielstruktur, wird aktiviert und beginnt, ihren Job zu machen, zu killen, sich zu vermehren, andere Bodenstoffe auszuschicken und eine riesige Inflammation loszutreten. Entzündung. Eine Entzündung, genau. Jetzt können Sie sich vorstellen, erst einmal, die T-Zelle erkennt die Zielstruktur, unabhängig davon, ob das eine unheimliche gesunde Zelle oder eine Tumorzelle eine Krebszelle ist. Bleiben wir beim Beispiel CD19. Sie erkennt eine B-Zelle, eliminiert diese B-Zelle, bis alle B-Zellen weg sind. Sie erkennt eine B-Lymphom-Zelle, eine B-Zelle, abkömmliche Krebszelle, wird auch eliminiert, weil sie auch CD19 hat. So, das erste Nebenwirkung in diesem speziellen Beispiel wäre, der Patient hat nicht mehr die Möglichkeit, einen selbst Antikörper zu produzieren. Das ist klinisch machbar. Der Patient bekommt in regelmäßigen Abständen Immunglobuline und er leitet keinerlei Nebenwirkungen weiterhin. Nur, er muss substituiert werden. Das zweite Problem ist, die Aktivierung der T-Zelle tritt sehr viele Bodenstoffe frei. Zytokine. Und man spricht von einem sogenannten Zytokinsturm. Ein schnelles, hohes Anfluten von sehr vielen Zytokinen. Sie kennen das meinetwegen aus einer Influenza, einer Grippeerkrankung. Was Sie spüren, ist einer riesigen Schüttelfrost und so weiter. Das ist vermittelt durch Zytokine. Das sind hochpotente wirksame Stoffe. Die sind notwendig, um den anderen T-Zellen mitzuteilen. Hier ist was los. Ihr müsst auch aktiviert werden. Alle, das Immunsystem wird voll aktiviert. Im gewissen Maße ist das gewünscht, um möglichst viele Zellen auch zu rekrutieren. Aber zu viel ist halt zu viel. Also der Zytokinsturm ist Zytokin-Release-Syndrom oder CRS, ist eine massive Nebenwirkung, tritt ungefähr bei 50% der Patienten auf, ist behandlungspflichtig, muss teilweise sogar auf Intensivstationen behandelt werden, ist transient, vorübergehend, flaut wieder ab. Mittlerweile kennt man recht gute Schemata, wie man das klinisch in den Griff bekommt und den Patienten durch diese Phase durchschiebt. Weitere Nebenwirkungen sind diese üblichen Nebenwirkungen einer T-Zell-Aktivierung, Übelkeit, neurologische Nebenwirkungen, Angstzustände in ungefähr 10% der Patienten, leichte Enzephalitis, Hirnentzündungen, auch transient gehen wieder vorüber, verschwinden anschließend wieder. Das Wichtige ist, dass die Kliniker wissen, in welchem Ablauf kommen welche Nebenwirkungen zu erwarten und wie muss ich die handeln? Und dann kann man den Patienten da relativ gut durchführen. Ugo Sahin, nochmal die Frage an Sie. Also bei Ihrem ist es ein bisschen anders. Sie versuchen ja sozusagen tumorspezifisch Antigene zu infizieren und dagegen dann Impfstoffe zu entwickeln. Und da ist ja eines der mutmaßlichen Probleme, was ist, wenn ich da Autoimmunität sozusagen induziere, weil der Tumor natürlich möglicherweise Antigene exprimiert, die der Immunabwehr dann signalisieren, na gut, da schlage ich jetzt zu, aber dann möglicherweise auch andere Gewebe betroffen sind. Wie sieht es mit dem Nebenwirkungsprofil bei den Erfahrungen, die Sie bisher haben können, natürlich nur aus? Also konzeptionell sind diese Mutanome- oder Neopitop-Impfstoffe ideale Impfstoffe, weil wir Zielstrukturen adressieren, die nur auf Krebszellen vorhanden sein sollten. Diese genetischen Veränderungen sind krebsspezifisch und entsprechend erwarten wir rein wissenschaftlich, dass Immunzellen, die diese Mutationen erkennen, keinen Schaden auf gesunden Zellen anrichten. Allerdings muss man immer auch unerwartete Nebenwirkungen in Betracht ziehen, dass nämlich der Impfstoff vielleicht nicht so funktioniert, wie man ihn intendiert hat, dass der Impfstoff vielleicht auch gegen gesunde Strukturen Immunantworten induziert. Das prüfen wir. Wir sehen, dass die Impfstoffe tatsächlich sehr stark Neopitop-spezifisch sind, aber nicht hundertprozentig. Unsere kleine Phase-1-Studie hat gezeigt, dass die Patienten die Behandlung exzellent vertragen haben. Aber die Anzahl der Patienten ist erst mal klein. Und wir wollen in mindestens 200, 300 Patienten eben Verträglichkeitsdaten sammeln. Dafür sind noch zwei bis drei Jahre Studien notwendig. Vielleicht noch eine Frage an das Pai. Mit Tiermodellen ist es ja bezogen auf diese Erforschung nicht ganz so easy, weil natürlich Mäuse keine Menschen sind. Wie sieht es da eigentlich aus? Wie viele tierexperimentelle Vorversuche können überhaupt gemacht werden bei solchen Therapiekonzepten, die ja relativ spezifisch auch die menschliche Immunabwehr adressieren, die sich eben von anderen Tieren logischerweise unterscheidet? Ist das ein strukturelles Problem möglicherweise, auch bei der Abschätzung möglicher Nebenwirkungen oder nicht? Das ist so, dass die Übertragbarkeit dessen, was an Tiermodellen passiert, bei diesen KT-Zellen zum Beispiel, zum Menschen limitiert ist. Obwohl wir ja heutzutage schon auch spezielle Tiermodelle haben, wie humanisierte Mäuse, wo man bestimmte Dinge testen kann, die man früher nicht testen konnte. Und es wird auch sehr stark an der Entwicklung neuer Modelle geforscht, die eine bessere Vorhersehbarkeit, Sagbarkeit für den Menschen dann bedeuten sollen. Wir kommen derzeit noch nicht ohne Tiermodelle aus. Das heißt, die pharmakodynamischen Effekte der Produkte kann man an Tiermodellen zeigen. Das heißt, dass sie einen gewissen Wirkenmechanismus haben. Man kann auch gewisse Informationen zur Verteilung der Prüfsubstanzen und auch gewisse Effekte, was die Toxizität betrifft, schon ableiten. Aber man ist da vor Überraschungen beim Menschen in den klinischen Prüfungen nicht sicher. Und deshalb haben wir aber, wir haben deshalb sehr gute Strategien, wie man eine erste klinische Prüfung am Menschen mit einer neuen Substanz oder mit einer neuen KT-Zelle, um Toxizitäten zu vermeiden. Das heißt, wir können, wir schauen, ist die Startdosis, mit der die in den Patienten gegangen wird, ist die gut begründet, ist die niedrig genug und gibt es Wartezeiten zwischen den einzelnen Patienten, dass man erstmal einen beobachtet und schaut, was passiert in puncto auf Nebenwirkungen, bevor ich den zweiten Patienten einschließe. Wir legen Wert, wenn wir uns die Unterlagen zu den klinischen Prüfungen anschauen, auf ein sehr starkes Monitoring der Patienten im Krankenhaus. Also wir haben von uns, von Regulatorenseite aus, gute Möglichkeiten zu prüfen, ob die klinische Prüfung dem aktuellen Stand der Wissenschaft entspricht und auch eben die produktspezifischen Komponenten in diese klinische Prüfung eingearbeitet sind. Das ist ja auch eine Folge. Wir hatten ja diesen großen Unfall, TG Nero, man erinnert sich, wo praktisch sechs Patienten parallel behandelt wurden und dann doch einige ernsthafte, sehr ernsthafte Nebenwirkungen entwickelt haben. Offensichtlich auch noch in einem Institut, was auf diese intensivmedizinischen Maßnahmen, die dann notwendig wurden, nicht vorbereitet war. Das ist ja eine der Folgen davon, dass auch da die regulatorischen Anstrengungen sich, glaube ich, weiterentwickelt haben. Genau, darauf, auf dem TG Nero Fall basierend, haben wir Leitfäden, Guidelines, wie wir sagen, geschrieben, die europäisch gültig sind, die jetzt auch gerade wieder überarbeitet wurden, um eben gerade das in der ersten klinischen Prüfung am Menschen zu adressieren. Und wir legen zum Beispiel bei den KT-Zellen auch, schauen wir auch immer, in welchen Zentren sollen diese Therapien durchgeführt werden, sind diese Kliniken, haben die die entsprechenden Möglichkeiten, Intensivstationerfahrung der Ärzte, das ist ja ganz komplex, haben sie auch vorrätig die Arzneimittel, um den Zytokinsturm effektiv zu behandeln. Das gehört alles zur regulatorischen, ja, ich sage ungern Kontrolle, aber zu der regulatorischen Betrachtung. Und deshalb sind wir da natürlich gefordert, regulatorisch diesen Überblick zu haben und auch anzumahnen, was gemacht werden soll. Und auf der anderen Seite, und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns gerade mit den KT-Zellen, die Entwicklung innovativer Arzneimittel in die Klinik und zur Zulassung nicht zu verhindern. Also das ist schon gerade an dem Beispiel der KT-Zellen ein spannendes Feld. So, liebe Kollegen, Feuer frei, Ihre Fragen. Herr Professor Abkin, wie genau gehen Sie vor bei der Antigen-Auswahl? Systematisch oder das, was Ihnen als erstes einfällt? Versuchen Sie möglichst viele zu finden, probieren dann aus? Oder wie genau funktioniert das? Gute Frage. Historisch bedingt, und wir arbeiten schon über 20 Jahre an KT-Zellen, seit der Beginnung, haben wir erst einmal wissenschaftliche Fragen in den Vordergrund gestellt. Eine T-Zelle erkennt jetzt über dieses neue Molekül neue Substanzklassen, die sie vorher nicht gesehen hat. Geht das überhaupt? Also, normalerweise erkennt eine T-Zelle Peptid-Antigene im MAC und ist darauf restringiert und sieht nur diese Welt. In einem Antikörper konnten wir auf einmal jetzt Zuckermoleküle sehen, Karbohydrate, wie arbeitet dann eine T-Zelle? Das haben wir alles systematisch abgearbeitet und daraus Antigene abgeleitet. Es sind jetzt nicht zufällig Antigene gewesen, sondern es sind Antigene gewesen, die Karbohydrat-Antigene in der Klinik eine Rolle spielen. Sagen wir CA-Tag-72, CA-19-9 und so weiter, sind alles Antigene, die bekannt sind für gastrointestinale Tumore, Magen-Darm-Tumore, als Marker-Antigene. Der nächste Schritt ist natürlich zu zeigen, funktionieren diese Prinzipien für eine Verschiedenheit von Tumoren. Dann picken sie sich Antigene heraus, die die Verschiedenheit der Tumore demonstrieren. Und erst im letzten Schritt, und das ist der Schritt, der heute aktuell ist, ist das, was wir jetzt sehen, wie transplantieren wir das in die Klinik und welches Antigen ist ein sicheres Antigen? Das stand bisher gar nicht im Vordergrund. Also ein sicheres Antigen. Komme ich nochmal zurück auf CD19. CD19-B-Zell-Lymphom, wunderbar sicheres Antigen, weil der Patient auf die normalen B-Zellen verzichten kann, wenn man mit Immunglobulin substituiert. CD20 ist auch ein Antigen, auch auf B-Zellen. Eliminiert auch B-Zell-Lymphome und auch die gesunden B-Zellen. Ist quasi gleiches Profil wie CD19. Dann haben wir uns gefragt, ja für die chronisch-lymphatische Leukämie, auch eine B-Zell-abkömmliche Leukämie. Gibt es CD19, gibt es Studien, gibt es ein alternatives Antigen. Dort haben wir eins beschrieben, das heißt Toso oder IgM-Rezeptor. Das ist selektiv, höher exprimiert auf CLL-Zellen als auf normalen B-Zellen. Dann wäre die Hoffnung, dass die Tumorzellen erkannt werden und die normalen B-Zellen in Ruhe gelassen werden. Das ist jetzt die Entwicklung, wie man hingeht, differenziell exprimierte oder, wie er seien sagte, neu exprimierte Antigene als Zielantigene zu nehmen. Das ist der derzeitige Schritt in der weiteren Entwicklung. Ich habe eine Frage, ist eine Weiterentwicklung der KT-Zelltherapie auch in Richtung Personalisierung denkbar? Sie können ja dann sozusagen aussuchen, wogegen der Antikörper gerichtet ist. Da könnten Sie auch sozusagen das auch für den Patienten maßschneidern. Dann würden nicht eine ganze Reihe auch Zellen, die man gar nicht treffen will, sondern könnte dann, jetzt vom Prinzip her, gezielt treffen. Da ist ja auch eine personalisierte Therapie auf dem Wege denkbar. Völlig richtig. Spinnen wir das Konzept mal weiter. Herr Sahin pickt ein Neo-Antigen, ein neues Antigen heraus, das auf der Oberfläche der Tumorzelle ist und nicht auf Normalzellen. Dann würden wir sagen, wir bauen jetzt ein K, ein Chimären-Antigen-Rezeptor mit einer Bindedomäne gegen dieses Neo-Antigen und lassen dann die T-Zelle gegen nur dieses Antigen laufen. Das wäre ein perfekter Zustand. Aber noch konjunktiv? Wir haben es noch nicht im Detail durchgegangen. Es ist konjunktiv, es ist technisch machbar. Das ist das Wesentliche. Und es ist natürlich personalisiert in dem Sinne, dass dieses Antigen für diesen Patienten ist. Im anderen Sinne des Wortes personalisiert ist die K-T-Zelltherapie ohnehin. Denn Sie nehmen die T-Zellen des Patienten und modifizieren sie mit einem K. So, jeder Patient bekommt seine eigene T-Zelle zurück, nur mit einer neuen Spezifität gegen den Tumor. Insofern, das ist zwei Worte personalisiert. Vielleicht würde ich da auch gerne Ugo Sahin nochmal hören. Also, es ist ja so ein bisschen, Sie machen jetzt sozusagen Impfstoffe gegen Neo-Antigen und die K-T-Leute wollen vielleicht auch gegen diese selben, die Sie identifizieren. Wie wirkt sich das aus? Also, was ist da sozusagen aus Ihrer Sicht ein sinnvoller Ansatz? Also, eine Möglichkeit zu personalisieren ist, dass man anstatt einem K-Rezeptor, aus einem chimären Antigen-Rezeptor, einen sogenannten T-Zell-Rezeptor nimmt. Und T-Zellen erkennen normalerweise Antigene über den T-Zell-Rezeptor und wir haben festgestellt, dass die Immunantworten, die wir induzieren und die T-Zellen, die wir bekommen, dass wir aus diesen T-Zellen dann auch wieder T-Zell-Rezeptor uns rausholen können. Und wenn wir diese T-Zell-Rezeptoren in andere T-Zellen geben, dann können die plötzlich auch Neo-Antigene erkennen. Und ein Ansatz, der sicherlich in den nächsten fünf bis zehn Jahren kommen wird, ist eben dieser individualisierte T-Zell-Rezeptor-Therapie-Ansatz, bei dem mutationsspezifische, neoantigen-spezifische T-Zell-Rezeptoren benutzt werden. Das sind keine Ks, die erkennen also nicht die Oberflächen-Antigene, sondern erkennen sogenannte HLA-Peptid-Komplexe. Die aber auch auf der Oberfläche präsentiert werden. Das ist ein Ansatz, der momentan durch die Komplexität limitiert wird. Wir haben das mal durchkalkuliert. Wir kommen, wir brauchen ungefähr jetzt sechs Monate, um so einen Ansatz zu entwickeln, aber wir können durch technologische Fortschritte annehmen, dass man das in Zukunft auch in kürzerer Zeit hinbekommen kann. Martin Winkeleide für Deutschlandfunk in Köln. Ich würde schon gerne nochmal wissen, wie das vom Konzept her welchen Stellenwert Immunisierungstherapien haben könnten. Wenn ich das richtig verstanden habe, Herr Sein, ist ja der erste Schritt im anderen Bereich der personalisierten Medizin ähnlich. Also, dass man erstmal die Tumoren durchsequenziert und dann guckt, was sind Treibermutationen, also welche Mutationen braucht ein Tumor unbedingt, um zu überleben. Da wäre die Frage, gibt es da Schnittmengen? Das ist das eine. Sie haben gesagt, das Problem bei diesem Ansatz ist ja, dass sehr schnell Resistenzen auftauchen, aber auch da denkt man ja schon weiter, dass man sagt, man kann es vielleicht so machen wie in der Infektiologie, also dass man mehrere Wirkstoffe miteinander kombiniert, um das Resistenzproblem in den Griff zu bekommen. Der Effekt da ist, man hat dann eine chronische Krankheit, die unter Kontrolle gebracht wird. Also das unterscheidet sich wahrscheinlich auch grundsätzlich von Ihren Ansätzen. Also die Frage, wie lange hält so eine Impfung auch? Also hält die ähnlich lange, wie man das von Impfungen gegen Infektionskrankheiten kennt? Das waren jetzt drei Fragen. Also die erste Frage, Treibermutationen, das sind die Mutationen, die im Prinzip nicht nur zufällig Narben hinterlassen, sondern die Tumorzelle so verändern, dass sie Wachstumsvorteile zum Beispiel hat. Und diese Treibermutationen haben eine Eigenschaft, dass sie nämlich in fast allen Tumorzellen zu finden sind. Und dementsprechend sind diese Zielstrukturen besonders gut geeignet, auch für eine Immuntherapie. Und wir können bei der Sequenzierung des Tumors sehr gut sehen, ob das sogenannte klonale Mutationen sind, also Mutationen, die auf allen Tumorzellen sind. Und wir integrieren in unseren Impfstoff bevorzugt derartige Mutationen, die tatsächlich klonal sind und Treiber Mutationseigenschaften haben. Die zweite Frage ist, kann man mehrere Mutationen gleichzeitig adressieren? Das ist tatsächlich unser Ziel. Wir haben in unserer ersten klinischen Studie für jeden Patienten gleichzeitig zehn Tumorantigene ausgewählt und haben uns dabei auch angeschaut, wie diese zehn Antigene verteilt sind. Wir haben dabei zwei Komponenten des Immunsystems adressiert. Das sind sogenannte CD8-Zellen. Die können Tumorzellen direkt erkennen und sogenannte CD4-Zellen oder Helferzellen, die sind mehr so wie Dirigenten des Immunsystems und die können zum Beispiel auch bedingen, dass neue Mutationen, die gar nicht im Impfstoff drin sind, durch das Immunsystem erkannt werden. Das nennt man Antigen Spread, also ein weiterer Mechanismus, der tatsächlich auch aktiv ist in diesen Patienten. Und das Besondere an dem Immunsystem ist, dass wir durch solche Immunisierungen eben nicht nur einen Ad-Hoc-Effekt haben, sondern es gibt sogenannte Gedächtniszellen. Und diese Gedächtniszellen, wenn einmal T-Zellen induziert sind, bleiben über längere Zeit. Wir haben jetzt in der Studie nachweisen können, dass die Immunantworten teilweise auch ein Jahr nach der Impfung nachweisbar sind. Und dementsprechend ist eine Wächterfunktion auch von diesen Zellen zu erwarten, dass wenn der Tumor zur Rückbildung gebracht worden ist, dass diese Zellen im Blut zirkulieren und wenn der Tumor dann wieder wächst, aktiviert werden. Und konzeptionell ergibt sich dadurch die Möglichkeit, dass der Tumor nicht nur zur Rückbildung gebracht werden kann, sondern letztendlich auch dauerhaft dauerhaft supprimiert werden kann. Ob das jetzt chronisch ist oder eine Heilung ist, das wird sich erst in fünf bis zehn Jahren zeigen, wenn wir längere Beobachtungsdaten haben. Ich habe hier eine Frage sozusagen online von der Freien Wissenschaft Journalistin Edda Graber und die bezieht sich darauf, dass in einer Studie der Firma Juno fünf Menschen verstorben sind von 38, die an der klinischen Studie teilgenommen haben und zwar an einer Hirnspellung, also so ein Hirnödem und sie fragt, wenn das jemand beantworten kann, kennt man inzwischen die Ursache. Können Sie dazu was sagen? Ich kann dazu was sagen und man ist, also man kennt die genau Ursachen noch nicht, man nähert sich der Sache aber an. Also die Fälle sind uns ja sehr bekannt, auch durch den engen Austausch mit den Kollegen von der FDA und es gab Untersuchungen dazu seitens der Firma Juno, die dann gesehen haben, dass sowohl patientenspezifische Faktoren als auch Produkt, also KT-Zell- spezifische Faktoren bei diesen Hirntoxizitäten eine Rolle gespielt haben. Patientenspezifische Faktoren zum Beispiel, dass es junge Patienten gewesen sind, die sehr aktive Lymphozyten hatten, die dann, wenn sie nach der genetischen Veränderung dem Patienten zurückgegeben wurden, sich sehr schnell und überschießend vermehrt haben und das war ein Grund, weshalb es zu dieser ZNS-Toxizität kam. Man hat einige Dinge eingegrenzt, sowohl produkt- als auch patientenspezifisch und die aber wahrscheinlich nicht auf andere KT-Zellen übertragbar sind. Das ist das, was man derzeit dazu sagen kann. Da gibt es noch eine Nachfrage von ihr. Sie hat nämlich gesagt, die FDA hätte diesen Versuch relativ spät abgebrochen und ließ ihn dann auch wenige Tage später sozusagen wieder weiterlaufen und danach kam es dann zu weiteren Todesfällen. Welche Lehren sind denn daraus gezogen worden, bisher aus regulatorischer Sicht, aus diesem speziellen Fall und hat sich die FDA da möglicherweise zu passiv verhalten aus ihrer Sicht? Man hat in der Rocket-Studie nach den ersten drei Todesfällen hat die FDA die Studie angehalten und die Firma hat dann ein Dossier vorgelegt, das gezeigt hat, dass die Chemotherapie, dieses Lymphodeplationsregime, was verabreicht wird, bevor die KT-Zellen gegeben werden, mit Verursacher von diesen Toxizitäten gewesen ist. Dieser Argumentation ist die FDA gefolgt, obwohl zu diesem Zeitpunkt schon klar war, war, dass dieses Lymphodeplationsregime in anderen Studien auch angewendet wird und nicht zu diesen Toxizitäten geführt hat. Die FDA hat dann zusammen mit der Firma gefordert, dass dieses Lymphodeplationsregime geändert wird und nach Änderung die Studie dann wieder, wurde die Studie wieder aufgenommen und dann kam es wieder zu Todesfällen bei zwei Patienten und das hat eben dann gezeigt, dass die Argumentationslinie falsch war. Ich denke, ich kann jetzt hier nicht für die FDA sprechen. Es zeigt einfach, dass man auch von regulatorischer Seite, wir als Ärzte und Wissenschaftler, in dem Fall am Paul-Ehrlich-Institut, uns sehr intensiv nicht nur damit beschäftigen müssen, sondern einfach auch Detailkenntnisse haben müssen, wissenschaftliche Detailkenntnisse, regulatorische Detailkenntnisse, aber eben auch klinische, um in der Gesamtschau diese Dinge zu bewerten, damit so etwas nicht passiert. Jetzt ist ja vielleicht noch mal eine Frage an Herrn Abgen, Sie sind ja sozusagen Grundlagenforscher, jetzt ist ja da sehr viel Geld und Hype im Spiel, also Gilead hat gerade eine Firma gekauft, Kite, für 12 Milliarden Dollar, was ja auch keine kleine Summe ist, kurz vor der Zulassung oder nach der Zulassung, ich weiß nicht mehr genau, wie es war chronologisch, jetzt als Forscher, ist da, nach Ihrer Einsicht, es sind ja viele Grundfragenfragen, die geklärt werden mussten, die weiterhin geklärt werden müssen und ist da jetzt zu viel Hype und Geld im Spiel, dass man möglicherweise da zu forsch voranschreitet oder glauben Sie, dass das alles im Moment noch im Rahmen dessen ist, was man im Rahmen von einer frühen Phase einer klinischen Entwicklung zu erwarten hat? Erstmal kann ich nur aus der Perspektive eines armen Wissenschaftlers reden. die Marktanalysen kann ich nicht beurteilen, aber machen wir uns nichts vor. Wir haben jetzt mit dem CD19K-Studie zum ersten Mal ein Instrument in der Hand, Patienten zu helfen, denen wir vorher nicht helfen konnten. Definitiv nicht. die Überlebenschance bei der Lymphom, bei pädeliatrischen Leukämie, ALL, nach fünf Jahren ist unter zehn Prozent. Jetzt haben wir eine komplette Remission um die 80 Prozent mit dieser Therapie. Das sollten wir in der Diskussion nicht vergessen. Nun, es ist eine begründete Hoffnung, weitere Studien, das ist völlig richtig, werden es erst zeigen, inwieweit diese Hoffnung Substanz über viele Zentren, über viele Patienten haben wird. Und insofern ist der Hype berechtigt und als Wissenschaftler ist man immer vorsichtig. Denn viele Fragen sind noch nicht beantwortet. Wie kann man den Zytokinsturm auf Dauer sehr solide unterdrücken oder im Griff behalten? Wie kann man die neurologischen Nebenwirkungen im Griff behalten? Wie kann man vermeiden, dass die B-Zellen eliminiert werden? Und was wir als wichtige Frage für die Zukunft sehen, wie kann man von der B-Zell-Leukämie als Tumorerkrankung jetzt zu den großen anderen Tumorerkrankungen kommen? Das ist Brustkarzinom, Prostatakarzinom, Ovarial, Lungenkarzinom, Mutalkarzinom und so weiter. Alles das, die soliden Tumore, das wird noch beantwortet werden müssen. Insofern, es ist, ja, es ist ein Hype. Hype ist auch immer gut, um zu neu nachzudenken, wo gehen wir hin, was haben wir jetzt wirklich gelöst und haben wir unsere großen Fragen gelöst? Es gibt noch große Fragen und die gibt es jetzt begründete Hoffnung, dass wir in diese großen Fragen eintauchen können. zu den soliden kommen wir vielleicht nochmal, Tumoren, kommen wir gleich nochmal jetzt erstmal die nächste Frage. Ja, Martin Meckler für Deutschlandfunk. Es gibt ja andere Erkrankungen, wo es auch zum Zytokinsturm kommt, zum Beispiel bei der Sepsis, also ist das, kann man bei dem Management davon lernen und wo liegen die Unterschiede? Denn bei der Sepsis weiß man ja, dass dann wirklich auch Organsysteme bedroht sind, also erst die Niere, dann die Leber. Die Antwort ist, die Körperantwort nach KT und Sepsis sind ziemlich ähnlich und man kann daraus lernen und hat auch daraus gelernt. Zum Beispiel das CAS bei KT-Zelltherapie bekommt man gut den Griff, indem man den IL-6-Signalweg blockiert, indem man das IL-6 wegfängt, also durch einen anti-IL-6-Rezepter, blockierenden anti-IL-6-Rezepter Antikörper, der für ganz andere Dinge entwickelt worden ist. Aber wenn man diesen Antikörper gibt, kriegt man die CAS sehr gut in den Griff. Man kopiert die Erfahrung aus der Sepsis in die Situation des KT-Zellmanagements. Ich würde gerne noch mal eine Frage an die Wirksamkeit und vor allem das auch den Nachweis der Wirksamkeit sein. Wir haben es eben gesagt, es gibt diese Studie ja auch von Novartis. Was war das? 83 Prozent, glaube ich, Ansprechraten nach vier Wochen. Aber vier Wochen sind ja erst mal vier Wochen. Also ich bin, das war ja auch keine placebo-kontrollierte klinische Studie. Insofern ist für Außenstehende, also für mich auch jetzt nicht ganz gut zu erkennen, wie dauerhaft diese Remissionen nun jetzt wirklich sind. Also gibt es da schon neuere Erkenntnisse zu oder generell, auch mit Blick auf die Krebsimmunimpfstoffe? Sie haben ja auch schon einige Patienten behandelt. Sind das dauerhafte Remissionen oder kehrt irgendwann der Tumor doch wieder und hat man noch nicht ganz den Trick gefunden, wie das sozusagen ausgeschaltet werden kann? Sie hatten ja, glaube ich, Herr Sahin, auch in Ihrer Studie zwei, wo Patienten praktisch ein Gen abgeschaltet wurde oder Protein abgeschaltet wurde, was sozusagen für die Erkennung der Tumorzelle gegen die Neoantigene wiederum wichtig gewesen wäre. Also vielleicht mal an alle drei die Frage, also erstens, wie wirksam ist eigentlich bisher diese Therapieform und wie viel Erfahrung müssen wir da noch sammeln? Zweitens, wie kann man sie überhaupt wirksam so prüfen, dass wir auch sagen können, auch evidenzbasiert sagen können, ja, das sind Therapien, die wirklich nachhaltige Therapieerfolge zeigen und Remissionen? Und eben dann nochmal an Sahin die Frage, wie sieht das bei den Krebsimmunstoffen aus? Vielleicht fangen wir mit Herrn abgenannt. Also die erste Mal die Wirksamkeit, es ist, nicht jeder Patient zeigt eine Wirksamkeit. Es sind die Wirksamkeiten bei gut hafli 80% der Patienten, 20% zeigen keine Wirksamkeit. Woran liegt das? Was man bisher weiß, ist, wenn man die KT-Zelle in den Patienten gibt, muss sie sich vermehren. Eine Amplifikation der KT-Zelle innerhalb der ersten Woche, was dann Ursache für das Zeitrokein-Release-Syndrom ist. Aus verschiedensten Gründen vermehren sich bei einigen Patienten die KT-Zellen nicht hinreichend. Es gibt ein leichten Ansteigen der Zellzahlen und sinken sehr schnell wieder ab. Das sind sogenannte Therapieversage. Die Forschung geht jetzt dorthin, wie kann ich dieses verhindern, wie kann ich die Vermehrung der T-Zellen mehr steuern, wie kann ich das mehr pushen, oder sind die Zellen des Patienten einfach so ausgebrannt, dass sie nicht mehr sehr viel machen. Also es ist wirksam, aber nicht bei 100%, was auch nicht zu erwarten ist, welches Medikament wirkt schon mit 100% der Patienten. Das zweite ist, wie anhaltend ist es. Es ist eine große Zahl von Patienten zeigt tatsächlich eine anhaltende Remission, komplette molekulare Remission Erkrankung. Das berühmte Beispiel ist die Emily, ein Kind mit akuter Leukämie, die jetzt schon über mehrere Jahre tumorfrei ist, einer Behandlung der KT-Zellen. Wir gehen davon aus, es ist begründete Hoffnung, dass die Therapie anhaltend ist, wo sie denn eine komplette Remission gemacht hat. Es gibt allerdings auch Relapse, eine Remission der Erkrankung. Bei den Relapse hat man dann nachgeschaut, wenn man mit CD19 KT-Zellen behandelt hat und der Patient erhält ein Rezidiv, Erkrankung ist wieder da, dann hat man zwei Szenarien bisher gefunden. Einmal die KT-Zellen sind weg, aber viel häufiger ist noch, das CD19 ist nicht mehr drauf. Der Tumor ist zurückgekommen und hat nicht mehr das CD19 exprimiert. Die KT-Zelle kann die Tumorzelle nicht mehr sehen. Die Konsequenz war, naja, man gebe eine zweite KT-Zelle mit einem anderen Antigen CD20 stände noch in zweiter Reihe genauso gut dar und die jetzige Forschung geht wirklich in die Richtung mache einen K der nicht nur ein Antigen erkennt sondern zwei 19 und 20 sogenannte bispezifische Ks. Alternativ man mache einen verschiedenen K und so weiter man kann das auf dem Papier immer weiter spinnen. Die Forschung ist zur Zeit dabei wie kann ich verhindern dass ein Relapse kommt durch Antigen Verlust und da ein und andere ist. Dritter Punkt ist warum kann eine KT-Zelltherapie anhaltend sein? Einmal ist es die T-Zellen persistieren über lange Zeit werden immer wieder restimuliert und machen ihren Job und das Besondere der E-Zelle ist dass sie Gedächtnis Zellen ausbilden kann sogenannte Memory Zellen und das scheint in der Tat so der Fall zu sein dass ein immunologisches Gedächtnis aufgebaut wird für dieses spezifische Antigen zumindest in Modellen sehen wir das sehr gut und es scheint wohl für die langzeit tumorfreien Patienten tatsächlich so zu sein dass die ein immunologisches Gedächtnis gegen ihren Tumor ausgebildet haben erst mal noch die Frage an Herrn Sahin wie sieht das bei den krebsimmunen Vakzinen aus wie wollen sie wenn sie eine individuelle individualisierte Impfstoff herstellen gegen bestimmte Neoantigen des Patienten die Wirksamkeit sozusagen in klinischen Studien genau nachweisen sie können ja nicht kontrollierte Experimente machen weil jeder Patient ist ja ein Individuum im wahrsten Sinne des Wortes man kann aber das Behandlungsprinzip testen indem man Patienten zwei Gruppen Patienten hat die im Prinzip einer Gruppe wird individuell behandelt und die andere Gruppe wird eben nach Standard behandelt und dann kann man die Frage stellen ob die individualisierte behandelte Gruppe sich prognostisch besser und therapeutisch besser verhält aber tatsächlich ist es so dass wir natürlich bei den individualisierten Ansätzen auch weitere Möglichkeiten haben und weitere 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 Nachweiskriterien Kriterien im Auge haben zum Beispiel gibt es Merkmale die im Blut nachweisbar sind bei Patienten die eine Krebsbelastung zeigen sogenannte Tumormarker das kann man genetisch messen und es wäre auch vorstellbar dass man an die Behörden dran tritt und die Frage stellt wie ist es würde man als Wirksamkeits Nachweis akzeptieren dass wenn eine signifikante Anzahl von Patienten ohne eine Kontrollgruppe einfach von einem von einem tumorbelasteten Markerprofil in einen tumorfreien Markerprofil wechseln können genauso wie ein Asthma Patient zum Beispiel weniger Asthma Anfälle hat nach einer Medikation und derartige Studienkonzepte sind denkbar aber das bedingt auch einen Dialog mit den Behörden Wirksamkeits Nachweis was werden wir erwarten dürfen Phase 3 Studien Wir erwarten Wirksamkeit dass das Spektrum der Studien der Studiendesigns der Patienten der Anzahl an Patienten die in klinische Prüfungen eingeschlossen werden variiert sehr stark und wir haben einmal in der Onkologie das Konzept der randomisierten kontrollierten Studie wo das Prüf Arzneimittel gegen die Standardtherapie geprüft wird das kennen wir von den monoklonalen Antikörpern zum Beispiel und von den Chemotherapien wenn wir aber die Situation haben wie jetzt im Fall der akuten lymphatischen Leukämie oder des großzelligen B-Zell-Lymphoms dass die solche Patienten behandelt werden für die keine Standardtherapie mehr zur Verfügung steht stellt sich natürlich dann die Frage gegen was soll das Prüfarzneimittel geprüft werden in der Situation ist es auch möglich und aus regulatorischer Sicht vollkommen akzeptabel dass die Studie nicht kontrolliert ist wir nennen das dann eine einarmige Studie aber auch von dieser einarmigen Studie wird natürlich Wirksamkeitsnachweis gefordert jetzt im Fall der akuten lymphatischen Leukämie sehen wir dass der Wirksamkeitsnachweis nach drei Monaten erbracht wird damit sind wir oft nicht hundertprozentig zufrieden wir diese drei Monatsdaten die vorgelegt wurden die der FDA vorgelegt wurden werden allerdings unterstützt ja durch Informationen dass viele dieser Patienten auch schon länger tumorfrei sind das sind dann unterstützende Daten die diesen primären Endpunkt wie wir es nennen unterstützen insgesamt fordern wir dann dass auch längerfristige Daten vorgelegt werden das heißt einarmige Studie ist möglich unter bestimmten unter bestimmten Voraussetzungen idealerweise hätten wir gerne Überlebensdaten aber bei sehr wirksamen Therapien kann eine Zulassung auch ohne Überlebensdaten sondern mit anderen Endpunkten erfolgen gut jetzt habe ich noch drei Fragen dann müssen wir auch Schluss machen wir haben jetzt eine Stunde rum fünf Minuten überziehe ich gerne bitte in welchem Stadium einer Tumorerkrankung sind denn diese beiden Therapien sinnvoll erst wenn es schon weit fortgeschritten ist oder sobald man das detektiert hat also aus meiner Sicht sehen wir hier bei den Tumorvakzinen zwischen den Tumorvakzinen und den KT-Zellen große Unterschiede die KT-Zellen so wie sie derzeit geprüft werden werden in den fortgeschrittensten Tumorstadien geprüft eben dann wenn keine andere Therapie mehr keine zugelassende Therapie mehr zur Verfügung steht und das macht auch Sinn weil wir ja gesehen haben dass die KT-Zellen auch solche Patienten die eine relativ große Tumorlast haben effektiv dass man damit effektiv behandeln kann bei den Tumorvakzinen sehen wir häufig ein anderes Konzept die 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 ein Konzept wo eher Patienten mit geringerer Tumorlast eingeschlossen werden weil wir inzwischen gelernt haben dass da die Möglichkeit auf eine Tumorvakzine eine in gewisser Form mildere und über längere Zeit sich erstreckende Wirksamkeit günstiger ist also diese beiden die Studien Konzepte die Prüfkonzepte für die Tumorvakzine und die KT-Zellen sind sehr unterschiedlich vielleicht Ugo noch mal kurz sagen wo fangen Sie an also welche Tumore adressieren Sie im Moment und in welchem Stadion also wir haben unsere erste Studie bei Melanom gemacht und die weiteren Studien sind in einer Vielzahl von Indikationen geplant und wir möchten erst mal sehen ob es grundsätzliche Unterschiede für diese verschiedenen Tumoren gibt und dann entscheiden wo wir in eine Zulassungsstudie gehen noch eine kurze Nachfrage ich kenne eine Person gibt es eine Chance konkret bei Ihnen behandelt zu werden persönlich nicht wir sind ein Forschungsinstitut Sie müssen sich an die klinischen Zentren wenden die den Anti-CD19-K-T-Zell in einer Studie haben Das ist das was ich meinte Würzburg Frankfurt und Köln sind klinische Studienzentren in einer Studie zumindest der Firma Novartis die ich bei Clinical Trial gefunden habe ich kann Ihnen gerne zeigen wie Sie die finden Veronika du hast noch eine Frage und dann hier vorne noch Martin Ich würde gerne noch mal auf die soliden Tumoren zu sprechen kommen Nehmen wir mal an da drüben ist Ihr Startpunkt gewesen von Ihrer Forschung und da drüben ist die Zulassung Wo würden Sie beide sagen stehen Sie im Moment zwischen Start der Forschung und Zulassung und wo würden Sie sagen stehen andere Ansätze wie zum Beispiel Checkpoint Inhibitoren in Kombination mit Substanzen die das Micro Environment verändern oder andere Ideen Das Feld ist momentan sehr aktiv nicht nur in der präklinischen Forschung sondern in der klinischen Forschung ich glaube es gibt momentan mehr als 2000 Studien mit Kombinations Kombinations Partner und es ist zu erwarten dass in den nächsten Jahren ständig neue Kombination Therapien zugelassen werden Man muss sehen dass derartige Entwicklungen normalerweise so 10 bis 15 Jahre mindestens Vorlaufzeit haben Wir haben bei unseren Ansätzen jetzt über 10 Jahre Vorlaufzeit und wenn alles gut klappt wollen wir in 4 bis 5 Jahren diese Therapieform auch in der allgemeinen klinischen Praxis haben Ja ein bisschen mehr als zwei Drittel In der zweiten Hälfte auf jeden Fall Okay Letzte Frage Martin Winkelheide Dann sind die Experten auch noch hier Sie können auch noch weiterhin individuelle Fragen stellen Ich habe noch eine Frage an Herrn Professor Abgen Sie haben gesagt dass durch den dadurch dass CD19 als Zielstruktur genommen wird werden auch die normalen gesunden B-Zellen abgeräumt Durch die Blutbildung kommen ja Zellen immer nach mit CD19 Das heißt da ist ein ständiger Stimulus Trägt das mit dazu bei zu den 80% Wirksamkeit und könnte das ein Problem sein bei soliden Tumoren dass es diesen Stimulus nicht gibt Also es gibt Konzepte die davon ausgehen dass dieser kontinuierliche Stimulus zur Wirksamkeit beiträgt auf jeden Fall Die T-Zelle bleibt immer heiß weil immer normale B-Zellen immer nachkommen Bei soliden Tumoren könnte man sich aber auch Antigene raussuchen die ständig da sind Wir sprachen vorhin über das CA Carcinoembryonale Antigen Das ist ein normales Antigen was aber auch in gewissen Mengen immer von normalen Zellen angeboten wird Auch da wäre ein kontinuierlicher Stimulus gegeben nicht in dem Mausmaße wie gerade durch die B-Zellen Umgekehrt gibt es Entwicklungen ob man nicht dem Patienten eine zweite Substanz sagen wir ein Antikörper ein Small Molecule oder was auch immer anbietet der die T-Zelle immer wieder neu stimuliert sodass man das nachmacht diesen kontinuierlichen Stimulus aber ich gebe Ihnen vollkommen Recht diese Restimulation durch das normale Compartment ist sicherlich einer der treibenden Kräfte die das Ganze zur Wirksamkeit bringt Ich kriege noch eine Online-Frage rein die werde ich noch schnell los vielleicht an Ugo Sahin die Frage weil er ja selber auch welche entwickelt die Kosten der Therapien also wir haben ja jetzt schon gehört Novartis 475.000 Dollar pro Patient der nach vier Wochen auf die Therapie anspricht wo wird das enden auch bezogen auf Ihre individualisierten Krebsimpfstoffe ist das gerechtfertigt Also zunächst einmal kann ich kann ich nicht die Kosten für die Novartis Therapie kommentieren aber letztendlich ist individualisierte Therapie in der Entwicklung natürlich kostenintensiv wir müssen für jeden Patienten den gesamten Prozess durchführen auf der anderen Seite ist es so dass wir durch Automatisierung dieser Prozesse und Digitalisierung jetzt schon von unserem Ausgangspunkt wo wir gestartet sind auf 50% Kostenreduktion gekommen sind und ich gehe davon aus dass wenn derartige Therapien wirksam sind dass sie in der Entwicklung und in den klinischen Studien und auch in der Marktversorgung nicht teurer sein werden als ganz normale Biologicals und unsere Zielsetzung ist wirklich bezahlbare individualisierte Therapien zu entwickeln und ich halte das nicht für eine Utopie sondern einfach eine technologische Herausforderung Okay vielen Dank dann würde ich sagen das war es jetzt für das Press Briefing zum Thema Krebsimmuntherapien ein zweischneidiges Schwert ich danke erstmal den Referenten und ich danke ihnen dass sie hier waren und wenn sie jetzt noch weitere Fragen haben wir haben das ein bisschen arrangiert dann können sie in den Räumen noch und dann ich k k k k k Vielen Dank.